Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Folge von Apex Legends. Ich habe mal wieder einen lieben zufrieden Y-Not dabei. Guten Tag. Und wir spielen hier wieder eine wunderschöne Runde. Du bist glaube ich der Master, oder? Ne, bin ich? Ne, du bist ja Master. Oh Gott, wo sollen wir gehen? Ok, wo sollen wir gehen? Äh, äh, okay, warte so, ich spring jetzt ab. Okay, ich hab keine... Ja, ja, das wird schon... Ich bin verwirrt. Egal, wie immer. Äh, ich spiel jetzt... Wie heißt sie? Bangalore. Bangalore. Wundervolle Name. Ähm... Also, äh, ich hab gar keine... Ich weiß nicht genau, was sie macht, aber es wird schon... wird schon schief gehen. Äh... So. Also, ich hab jetzt mit mir ein bisschen... Nicht Apex gespielt, daher, äh, wird das ein Wunder... Oh, es kommt mir ein Auto. Ah, der beste Freund von mir. So, hau auf bitte. Dankeschön. Autos sind geil. So, mach mal schnell die Tür auf. Äh, hab ich jemanden gesehen? Scheinbar hab ich jemanden gesehen. Äh, egal. So, okay, hinten ist... Ah, hier ist noch was zum Anziehen oder so. Äh, das mit, das mit. Was hier noch? Äh... Wechsel mit dich mal aus. Ja, ich denke mal, das ist schon eine richtige Entscheidung. Egal, keine Ahnung. Ähm... Ist da jemand? Ne, du hast da irgendwas... Ne, das ist ne Waffe. Ach so. Ach so. Das ist kein Gegner, das ist ne Waffe. Wieso sag ich Gegner? Will man da runterfallen? Der will ich nicht runterfallen. Ähm... Ähm... Ne, da wo kein Boden ist, am besten nicht runterfallen. Ne, 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 da war so ein Schacht, so ein... Äh... So, 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 so... Ach Gott. Deutsch. Deutsche Sprache, schwere Sprache. So ein... Ähm... Spre... Es ist... Ja. Ja. Genau sowas. Genau sowas. Äh... So, wie nehm ich meine Rüstung? Da, warte. Okay. Hier ist meine Truhe. Oh! Ich hab irgendwas rotes bekommen. Schatzpaket erhalten. Uh, sehr schön. Äh... Warte, ist irgendwas unnötig, was ich mitnehme? Ist mein mit? Ne, vor allem nicht. Okay, egal, keine Ahnung. So. Hier, der... Wer ist der Kack? Ist die okay? Wieso finden wir überhaupt nicht einen? Bitte nehm... Wie kann ich das mal... Oh Gott, mein Inventar öffnen. Ich hasse das mit I, oder? Ne, ist halt. Ja, ich geh auch. Ne, aber es geht mir gar zu. Nein! Oh Gott! Oh Gott! Was hab ich denn? Nein! Das ist Rauch. Ist mir bewusst. Ist mir bewusst. Aber mein Schild ist bereits voll. Ich bin auch blöd. Egal. Ignorieren wir das Ganze. Ich verfolge dich einfach mal. Du wirst mir schon den richtigen Weg zeigen. Ja. Wird schon. Yeah. Wir rennen zum Auto. Sehr schön. Hahaha. Das beste Autos ist so schön. Autos sind so schön. Aber ich darf's nicht zu stark ausatmen lassen. Ähm. Aber letzte Folge war ja schon die ganze Zeit im Auto. Oh, die sieht cool aus, die Waffe. Was ist das hier? Oh, das ist ein Sniper. Nein, danke. Bist du? Oh, du bist... Du bist kein Sniper. Sag ich was. Bist du in der Shutdown? Oh, du bist schön. Die gefällt mir. Du hast ein LMG. Ja, die ist schön. Wohin gehen wir? Also, wollen wir fahren? Ich fahr. Und dann fährst du. Wohin? Ähm. In die Richtung da hinten. Ne, wollen... Oh Gott, nein. Weitere Richtung. Wieso ist hier alles rot? Äh, nicht da durchfahren. Das ist auch ne Zone. Nur ein kleiner. Aber... Aber wieso? Weil das zum Event gehört. Ah, es gibt... Okay. Wollen wir da reingehen? Dann wollen wir nicht, oder? Nein, da am besten nicht rein. Oh Gott, da ist... Und hier auch nicht runterfahren. Ah, das ist überraschend, überraschend, überraschend. Und dann kommen wir ja schlecht lang. Also... Okay, dann fahr hier durch. Dann müssen wir uns nachher halten, bis zum Heelen. Ne, ne, alles super. Ich bin einfach klug. Haha. So. Ich finde Autofahren richtig geil. Oh Gott, ich glaube... Oh Gott, hier muss ich aufpassen. Äh... Wann wäre... Wenn man da... Na... Und stopp. Kurz. Wie machen wir jetzt hier? Ich kann hier was scannen. Bedeutet? Achso, du kannst hier... Ich kann... Den nächsten Ring, der danach kommt, noch... Es gingen. Äh, es gingen, ja. Es gingen? Scannen. Oh, hier sind was liegen. Sehr cool. Nehmen wir das mal mit aus dem Scope. Und nimm mal so ein großes Teil. Und nimm mal den Rücksack mit. Einen besseren. Super, okay, perfekt für dich. Wenn du irgendwo ne Waffe finden solltest, die... R99 heißt. Ey, scheiße, ich kenne den ganzen Namen nicht. Let's go. Ja, das... Das siehst du hier. Ja, ja, ich fahr mal ein bisschen zu dir. Tachchen. Oh Gott, hier ist... Michal lang? Ja, ich komm hier lang. Haha. Ich finde es nicht gut, wenn sie sagt, ich fahre. Das ist keine... Das darf man... Das ist nicht gut. Hier sind welche gewesen. Und... Da ist einer. Bin auf mich, bin auf mich zu dir. Bin auf mich zu dir. Dahinter. Äh... Einer down. Ich fang jetzt sehr gut, ich fang jetzt sehr gut. Fast down, fast down, fast down. Okay, den kannst du holen, den kannst du holen. Nein. Soll ich dir mal rein? Ja. Ah, ich hab zwei Kill jetzt... Ah, ein Kill gemacht. Mein Leben ist keine Kompetente enthäuschung. Warte, warte, lass mich, bitte lass mich, lass mich, lass mich. Ach komm schon, du. Ey, den Kill bekomm so oder so ich, aber... Den anderen. Aber den hat was Schönes. Wie öffne ich was? Wie öffne ich das? Ja, den anderen Kill hast du bekommen. Sehr schön. Was interessantes drin? Ne, hab ich ja bereits schon so. Sehr cool. Haha. Ne, er ist ein Kill. Sein ist auch schon... Wo bist du denn? Ich bin... Neben dir. Da hinten, ich verstehe ja. So, du brauchst... Du brauchst... Du brauchst deine Rüstung... Du brauchst dein Leben auf... äh, aufladen. Oh ja. Das ist eine Idee. Mit Matkit? Mal gucken. Ich kann dir Matkit geben. Warte, warte, warte. Hab ich eins? Ja, ich hab vier. Nein! Uff! Ich wollt... Wie geb ich's ab? Äh... Du musst erst mal abbrechen und dann aus deinem... Inventar trocken. Ah, ich verstehe. Sehr cool. Das ist ne Spritzer, aber... Kannst du wieder aufnehmen. Wieso? Das reicht doch. Weil ich brauch nen Matkit. Achso, wo gehen wir? Ich glaub... Spritzen... Spritzen hab ich auch. Okay, interessant. Kein Problem. Wir gehen in die Zone. Ich hab keine Munition mehr ohne... Doch hab ich. Die Matkit. Ne, hier hab ich... Hier hab ich keine Munition mehr auch mal und das gefällt mir nicht. Die war so ne cool Waffe. Äh... Das mal mit. Und das ja auch noch mal. So, ich muss jetzt mal Waffen noch auswechseln, damit ich noch eine... Äh... Eine... Halbwegs okay hab. Was immer du bist... Ich wünsche mir eine R99. Ah, du bist wieder gleich Waffe. Sehr schön. So, sehr cool. Ah, die hat Spaß gemacht. Die hat mir sehr viel Spaß gemacht. So. Ich hab mal Schaden gemacht. Ich hab mal getroffen. Ich werde immer besser. Ja. Ich bin fast schon Pro-Player. Nur fast. ATS Predator. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Komplett. So. Okay. Wohin gehen wir denn? Wir haben das Auto da liegen lassen. Das arm Auto. Achso. Andere Seite. Achso. Achso gut, der macht Sinn. Das macht Sinn. Ich hab einen Kill und eine Unterstützung gemacht. Das ist mein erster Kill. Oder so. Ich hab auch einen Kill und eine Unterstützung. Ja, ja, ma. Wir sind ja gut zusammengeordnet. Wir sind ein gutes Team. Ja, komplett. Oh, hier ist eine Phoenix. Hast du die mitgenommen? Ich ignorier's mal. Ähm. Ja, ja. Ja, ja. Ich versteh schon. Oh Gott, du hast mir gerade so viel Angst gemacht Ja, durch die Wände siehst du Gegner und ich habe hier gerade irgendwo Gegner gescannt, aber wo weiß ich nicht Ich sehe auch keiner Ist das zu laut worden die Sachen eröffnet? Ich mache es aber trotzdem Also man hört es aber halt nicht von weitem Okay, das ist ja auch okay Bevor die Tür geöffnet wird, warte eine Sekunde Ich warte eine Sekunde Keine Gegner Keine Gegner, sehr schön, sehr schön, sehr schön Okay Mein Helm Ja, er braucht dich, ich habe eh schon Brauche ich alles nicht Was bist du? Okay, ich nehme nichts Ich habe volle Items Okay, ich brauche die meisten davon nicht Ich habe gerade jemand geschossen, also Vorsicht Falls du irgendwas davon brauchst, was ich hier gerade abschmeiße, nimm mit Das war alles, was ich brauche Wollen wir nach oben? Ja, dann lass mal versuchen, so geht's Oh, sehr cool Oh Gott, was ist hier los? Oh Gott Hier Ich hörte den Pass auf, pass auf, pass auf, ist er tot? Ja, der ist tot Ja, der ist tot Und der hatte meine Waffe, die ich brauchte Okay, das war Ich habe noch ein Kehl bekommen Ich habe noch ein Kehl bekommen Unglaublich Ich bin noch zu gut für dieses Spiel Ähm Ist das interessant das? Nö Aber er hatte mein Auto Sehr schön Das gefällt mir doch Ich finde noch etwas cooles, was man nütten könnte Oh, ich muss zugeben, die Orte sehen wirklich cool aus Viel Gutes Ich habe jetzt ganz ganz gute Sachen Ich habe eine grüne Waffe und eine türkise Waffe, also keine Ahnung Eine schwere Waffe und eine Energiewaffe Ja, die Energiewaffe ist cool Das ist ja auch ein LMG Ich dachte mir, dass dir das gefällt Ja Die ist wundervoll So, wollen wir weiter? Hier ist ein Mund für die Ah, sehr cool Energiemunition Interessant So Ja, dann lass uns mal weiter zu diesem Weg Wollen wir nicht das Auto nehmen? Was? Wollen wir nicht das Auto nehmen? Ich fahre schnell runter zu dir Ja Geh mal runter, ich habe Angst Ja Ja, man bekommt keinen Fallschaden Boop Wo bist du? Na gut, da hinten ist der schon Wir gehen da oben rauf, wo ich dich... äh, wo ich dich markiert habe Ja, hier, hallo, wie geht's? Komm jetzt, ins Auto rein Ins Auto rein, kommen sie Nein, wir gehen hier erstmal hoch, weil... Entschuldigung Weil hier drin gibt's gute Sachen Wir gehen uns einfach an Ich wurde gesichtet Oh, du bist beschossen Wurde ich beschossen? Von da Erst One-Shot Er ist One-Shot Er ist One-Shot Er ist One-Shot Kobi Das wär etwas lustig gewesen Eine halbe Minute, der Regn ist nah Ach so, hast du ihn getroffen? Was ist das jetzt? Ähm... Ein... wie... Was ist das denn? Hä? Konnte er sich untermachen? Hat er sich irgendwie wegge... Ach, der ist hier lang gegangen Nee, der kann sich aber... Ich bin da bei der Rutsche fortbewegen Ja gut, da kommen wir mal mit Er ist erst nach oben wahrscheinlich Oder? Wohin müssen wir... Also wir sind... Wir müssen hier hin... Wir müssen weg hier, oder? Der Ring! Ja, wir müssen weg Wo ist das Auto vor? Wir haben das Auto liegen lassen? Da hinten haben wir das Auto liegen lassen Verstehe ich nicht Also schaue ich... Kann doch nicht einfach verschwinden Okay, lassen wir... Wollen wir das Auto nehmen? Weil... Äh... Lass uns aber rüber gehen Also im Ende ist auch egal Das ist auch egal So, äh... Wenn der uns am Ende tötet, dann... Wär's nicht so schön für uns gewesen, aber naja Wir können ja abpassen, dass er nicht rüberkommt Ich muss nur meine Fähigkeit einsetzen, wenn nicht schlecht Hm... Noch nicht, erst wenn wir auf Gegner treffen Um abzuhauen Dafür ist sie gut Ja, ja gut Dann... Da bin ich nicht schnell genug, um sie einzusetzen Und das Gute ist, ich kann durch deinen Rauch die Gegner sehen Das ist ne gute Combo Wohin gehen wir? Äh... Hier, geradeaus Wo bist du hin? Achso, da vorne, okay Ist das ein Portal? Äh... Ja, aber da wollen wir nicht rein, sonst macht das Aura Achso, das ist nicht so schön Weil das direkt in die Zone führt Das ist nicht so nett Oh, ich hab noch nen Schatzteil gefunden Dick-Tack Mach's gerade Schüsse? Oh, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten Wo? Da ist er rot, auf der Karte Da waren gerade so diese roten Punkte Was ist das? Hinter uns Wird geschossen Okay, dann, dann Da ist er, da ist er, da ist er Das ist der Das ist der Das ist der Geh einfach in Deckung Obwohl Ja, ich könnte deinen Hilfling gebrauchen Das ist der Das ist der Das ist der Sehr schön Oh, ich hab keine Munition mehr, schon wieder Ach, komm schon Ähm, kann ich für mein Übers klauen? Das nachladen? Er hat nichts interessantes, auch er hat ein Schild Aber egal Ähm, was ist das? Also, ich hab jetzt keine Munition mehr dafür Für die, für die, für die Orangen Ähm, für die, ähm Ja, türkise Waffe, leider Ja, für die türkise Okay, warte Ähm, da ist etwas Ich hab für gar keine Munition Scheiße Achso, warte, dann Dann nehmen wir die Waffe Hat er eine Waffe mit, hat er eine Waffe drin gehabt? Äh, ja, der hat eine Waffe Warte, ich nehm jetzt nur noch beide einfach Ich nehm einfach die hier Ich nehm einfach die hier So Hab ich auch noch 20 Munition für Und da ist die Munition für die Für die Orangener Achso, ich hab nicht mehr mit Super Scheiße Und wir müssen Okay, let's go Wir müssen ganz schnell Ich seh schon, wir schaffen das Ich glaub an uns Ich glaub nicht an uns, aber ich glaub an uns Ich glaub an uns Wir schaffen das bestimmt So Sieht im Moment ganz gut aus Ach man, wir müssen gleich nichts nachladen Ihr kerft Oh, 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 da Wie komm ich nach oben? Hast du deine Ulti? Hast du deine Ulti? Ja, hab ich Wohin? Okay, dann komm mal ein bisschen mit Ich hab Angst Führ uns bisschen nicht los Werf die Ulti, werf die Ulti auf diesen Fleck Und geh so weit Dahin, dass du die da rauchwerfen kannst So Sorry Ist das soweit? Oder ist das zu kurz? Nee, das war zu kurz Und weg da Sonst bekommst du Schaden Achso, scheiße, muss man sagen Das war leider zu kurz Ach man, das ist Ich hasse alles Tut mir leid, das wär Rauch gewesen Alles ist gut Ja, das ist Tut mir leid Wir haben sie auf jeden Fall abgeschreckt jetzt Es tut mir sehr leid Ich bin nicht gut Ach, alles gut Ja So Dahin, 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 dahin Oh Gott, oh Gott Oh shit Was hat der denn gerade gemacht? Nee, wo, wo, was? Ich Ach, nee Ich hab mich Ich bin noch unsichtbar Wieso konnten die mich sehen? Wieso konnten die mich sehen? Ich bin noch unsichtbar im Rauch drin Das ist nicht nett Was der gerade macht Woher wusste er, dass ich da bin? Aber Vielleicht warst du nicht ganz am Rauch? Aber ich war komplett am Rauch Ich hab auf den Boden geworfen Und war dann Genau auf dem Punkt Oder er hat eine goldene Optik Die kann durch Rauch singen Ach, er hat sogar gewonnen, oder? Und wir wurden Zweiter Wir wurden Zweiter Lol, was? Der war alleine? Ja Wir hätten gewinnen können Wir hätten gewinnen können Scheiße Ja Wenn ich Also ich muss schon sagen Ich hab ein bisschen doof geplayt Ich bin einfach hingewascht Weil ich nicht gedacht hätte Dass der mich Sofort weglasert Also ja, die Waffen machen natürlich viel Schaden Okay Ähm Ja gut So Wie spielt das denn so? So, hörst du mich? Ja So, wenn ich jetzt sagen 15 Minuten reicht für eine Runde Ähm Neues Musik Musikdien bekommen Ähm Dann würde ich sagen Dankeschön, dass du schon abonniert Falls ihr es nicht getan habt, ist gerne ein Like da Äh, falls ihr noch mehr Äh, Apix-Sessions sehen wollt Gerne in die Kommentare schreiben Und, äh, ja Oh, ja Wenn man sich eigentlich schon erzählt Dann passt euch auf Ja Und bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Tschüss Sehr schön Ciao Cool Hol Cheers Cheers Cheers